Das Ding ist, ich habe eigentlich schon so viele Videos aufgenommen in der Wüste und in der scheiß Rettungsinsel. Überall voll viele Leute haben wir schon angeguckt, während des Intros machen. Aber ein Mädchen alleine bringt mich komplett aus der Fassung. Krass. Hey YouTube, ihr wisst ja vielleicht vor kurzem, habe ich auf ein Video zusammen mit Maluna reagiert. Ein TikTok, wo eine gewisse TikTokerin da war, die, naja, wie soll ich sagen, Andeutung gemacht hat? Zu mir? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall ist diese TikTokerin hier. Valeria! Du bist, du bist im Vergleich zu mir sehr klein. Deswegen habe ich hier so eine kleine Box hingepackt, damit sie ein bisschen größer wird. Ich muss, glaube ich, hier ein bisschen hinziehen. Okay, du nimmst die Koffer, oder? War die Kasse zu dir? Ich will die selten. Okay, ich will doch die. Hä, wie? Nein, ich will die. Nein, ich will die. Okay, dann haben wir nochmal einen Switch gemacht, das ist Headset. Okay, so, das erste TikTok heute. Wo ist der hin? Tot. Der ist einfach tot. Okay, er lebt noch. Hä, aber das ist voll cool. Würdest du das auch machen? Nein, da kommen bestimmt Haie. Haie? Ja, ich hab Angst vor Haien. So eine andere Küste. Ja. Du hast vollkommen recht. Ja, du hast recht. Ja, ich habe übel Angst vor Haien. Ja, verständlich. Ich habe auch Angst vor Haien. Aber Haie sind eigentlich recht. Wusstest du eigentlich, dass... Delfine schlimmer sind? Ja, auch. Aber wusstest du, dass im Jahr mehr Menschen durch Kühe sterben als durch Haie? Warum? Weil Kühe aggressiver sind. Tja, was Neues gelernt. Gute Nacht, Schatz. Wenn man zusammen ins Bett geht und eine Minute später das passiert. Aber sonst geht es dir gut, oder? Ich konnte nicht schlafen, sorry. Du hast es doch nicht mal probiert. Ja, das stimmt. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Aber auch, was er gesagt hat gerade. Du hast nicht mal probiert. Ja, das stimmt. Ja, er weiß, was er will. Ich glaube, so wäre ich aber auch in einer Beziehung. Ja. Ja, schon. Guck mal. Denkst du, ich würde das tolerieren? Wenn wir jetzt rein theoretisch gesehen eine Beziehung wären? Schon. Nein. Ich weiß es nicht. Würdest du es tolerieren? Anscheinend nicht. Ich weiß nicht. Also, ich finde, dass du mir schon zutrauen könntest, dass ich so einiges tolerieren würde. Korrekt, ja. Wenn du in den letzten Stunden zurückgehst. Okay, guck mal. The Voice of Germany hat sogar kommentiert. Die Dinger sind so rigged. Amugus. Oh mein Gott, wenn mir jemand so einen holen würde, ich würde den heiraten. Ich liebe sie. Oh. Oh nein. Das ist... Oh, das ist schlimm. Das ist schlimm. Hä? Ah, es klappt. Oh, es klappt auch nicht ganz. Ich glaube, wir können verstehen, warum er sich so aufregt, oder? Das würde mich übel abwacken. Ja, same. Sorry. Hast du mir gerade meinen Fuß angepasst? Ja, mit meinem Fuß. Es tut mir leid. Was? War das ein Zeichen? Nein, okay. Wir machen weiter. Aha. Das ist aber ganz schön sus. Interessantes TikTok. Sehr viel Star Wars, finde ich cool. Sehr cool, ne? Mit den AT-AT da oben und so alles. Die was? Ich habe auf was anderes geachtet. Ich weiß nicht, ob man sonst achten könnte. By the way, wolltest du mal angemerkt haben, ich like diese Sachen hier nicht. Das like natürlich andere. Sowas würde ich nie liken. Sagst du den Account? Der heißt nämlich richtig juicy. Und wir machen weiter. Leute, sorry, ganz kurz mit der Brechnung. Aber ich weiß nicht, ob ich das wusste. Seit kurzem habe ich einen Vierkanal. Der heißt Mexify reagiert. Da werde ich auf ganz normale Videos reagieren. Wie zum Beispiel auf die von Rezo, von Ju oder sonst wem. Deswegen, falls ihr sehen wollt, wie ich meinen Senf zu den Videos dazugebe, dann schaut auf jeden Fall bei dem Kanal vorbei. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ist der allererste Link. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, falls ihr vielleicht vorbeischaut. Und ein Abo und ein Like bei den Videos da. Das würde mich sehr freuen. Danke, danke, danke. Und wir machen jetzt weiter mit dem richtigen Video. Raah. Einfach Nagi. Das ist ein Skill. Einfach Nagi aus Blue Log, Alter. Wie cool. Das ist richtig krass. Das ist ein richtiger Flex, das wir schon sehen können. Ich kann sowas. Ja? Klar. Allem. Zeigst du mir das später. An die Girls da draußen, die jetzt langsam anfangen mit Fitness, bla bla bla. Ich wollte euch nur mal ans Herzchen legen. Fangt bitte an, euren Nacken zu trainieren. Denn von vorne seht ihr süß aus. Das ist für dich. Willst du nicht auch so einen Stirnacken haben? Ich habe vor, dass du... Hey, ich habe doch schon einen Stirnacken. Aber so einen? Was willst du mir damit sagen? Gar nichts. Findest du meinen Nacken nicht tierig genug? Also, der... Also... Doch, der ist genau gleich. Also, ich finde, ich werde hier einfach nicht respektvoll genug behandelt von dir. Oh, Mann. Das ist schon die zweite Andeutung wegen meines Nackens. Das ist... Ach, egal. Ich habe gar nichts gesagt. Es kommen richtig komplexe nach diesem Besuch. Das? Oh. 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 Pensive Side Eye. Kannst du so ein Side Eye machen? Kennst du das? Dieses Side Eye, dass du so... Du guckst halt in die Richtung und dann guckst du mit einem seitlichen Auge zur Cam. Oh, du bist jetzt so. Guckst geradeaus. Okay. Und dann muss man deine Haare ein bisschen sehen. Sorry. Sorry. Man muss... Ja, tut mir leid. Und jetzt guck ganz langsam nach links. Bombastik. Starkes Criminal Side Eye, Alter. Oh, ich hasse sowas. Wirklich? Ich habe Höhenangst. Ich finde das so cool. Ehrlich? Ja, ich habe meine Panikattacke durch hierher bekommen. Oh nein. Ja. Ich finde das übel nice, runterzuschauen. Okay, I guess. Ja, fühlt ihn, Leute. Vielleicht mag ich es einfach, auf andere herabzuschauen. Okay. Das kann auch sein. Cool aus. Und vielleicht gibt es auch einige, die draufstehen. Bestimmt, ja. Bestimmt. Irgendwo. Ich sage es so, wie es ist. Ich habe die nicht geliked. Aber ich muss sagen, die ist schon hot. Da verstehe ich das auch. Mami? Ich mache einfach mal weiter, weil sowas... Nee, nee. Ich möchte, dass du das jetzt bitte erklärst. Warum wie dieses Video auf deiner For You kommt. Das ist nicht meine For You. Das sind gelikte Sachen, okay? Und ich sage es so, wie es ist. Ich habe das nicht geliked. Und sowas würde mir auch nicht gefallen. Wieso hast du das nicht geliked? Das ist doch dein Account. Wir machen weiter, okay? Ich glaube, sie möchte, dass man bellt. Egal. Kannst du mal bellen? Kannst du mal bitte für mich machen? Nein. Doch. Doch, du wärst jetzt für mich. Du wärst jetzt für mich. Los, los. Wof. Lauter. Nein. Doch. Ich kann nicht. Ich bringe... Komm, du musst... Okay, ich mache es von da hinten. Nein, du machst es hier. Goodbye. Was? Wie hat sie das gemacht? Das ist voll der coole Zaubertrick eigentlich. Mit was hat sie das gemacht? Absolut kein Plan. Aber wie auch immer sie das gemacht hat, war sehr stark. Das hat mich gerade übel geflasht. Können wir das nochmal gucken? Ah, wie nett, dass er die Kamera hält. Da sehe ich dich. Aha! Wieso? Dass du ein Video gebildet hast? Das könntest du sein. Wenn du weiter übst. Das ist... Naja, das wäre mir viel zu unangenehm. Wenn du ein bisschen weiter übst, könntest du das mal sein. Ab gar keinen Fall. Ich bin so nett und halte für dich sogar die Kamera, wenn du magst. Wäre ein witziges TikTok. Mhm. Ja, du hast recht. Okay, was macht er... Oh, er hat Monster. Monster ist ganz cool. Voll lecker. Mhm. Okay, er packt das in Papier rum. Oh nein, warum macht sie das auf? Was? Ich achte nur auf den Mann, sorry. Ey! Warte mal ganz kurz. Ich hatte was gesehen gerade. Okay, wo ist der Monster hin? Ich habe nicht drauf geachtet. Hä, was hast du sonst geachtet? Es ging doch um den Zaubertrick, oder? Ja. Mhm. Der Monster ist auf seinen Schuss gefallen. Ich habe darauf geachtet. Denn ich bin nicht so sass. Ja, du hast... Das Video hast du bestimmt schon mal gesehen. Und deswegen wusstest du das. Nein! Me hitting the last rap. Okay, letzte Wiederholung. Mein Gym Bro. Okay, viel weiter. Okay, das kann ich sehr fühlen. Das ist voll süß. Ja, das ist sehr süß. Aber das ist richtig assozial, wenn der Gym Bro das macht. Weil du bist bei deinem allerletzten Satz. Du kämpfst um dein Leben. Du denkst gleich so, oh mein Gott, die Welt geht gleich unter. Du stirbst unter diesen Gewichten. Dann schaffst du es gerade so, diesen einen Satz noch zu machen. Diese eine Wiederholung. Und dann kommt dein Gym Bro und macht so, oh, noch viel weitere, Bro. Und du bist da so dicker... ...dick, dicker. Gar nicht. Das ist okay. Ja, ich meine ja nicht. Also manchmal, das muss einfach raus gerade. Mhm. Okay. Ich höre dir zu. Oh mein Gott, Enderman. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh mein Gott, doch. Du musst es dir ansehen. Das war wirklich hot. Das war... Mami. Vielleicht sollte ich das auch kaufen. So mein nächstes Halloween-Kostüm. Weißt du? Das wäre ein Bild. Ich kann nichts sagen. Ich enthalte nichts. Wie würdest du denn so ein Halloween-Kostüm an mir finden? Ich sag nichts. So richtig schön. Ich sag nichts. Doch, ich möchte... Das ist gerade ein Video. Ich sag nichts. Ich enthalte nichts. Würde es dir gefallen? Ich sag nichts. Was ist das denn heute? Was ist das denn? Das ist so scary, aber... Dass es sowas gibt, ne? Okay, es ist mir leid, dass du sowas sehen musstest. Don't go anywhere. Ich vergesst, dass der Mann... Wo ist der Mann? Wenn wir irgendwo hingehen würden, wo ich schneide, würdest du auch wollen, dass ich das mache, oder? Ja, das ist so Princess Treatment. Ja. Stattdessen würdest du mir so ein Skelett schenken. Ja, das wäre einfach witzig. Nein, ich will super... Dann kannst du immer beim Skelett auf die Finger draufdrücken und dann stöhnt er. Ich möchte, dass du das machst nächstes Mal. Oder im Herbst, wenn da so Blätter sind. Was kriege ich dafür? Okay, egal. Wir machen weiter. Der ist voll groß. Was? Ist das so, wenn man keinen Wirkereiz mehr hat? Die Frage ging gerade voll direkt an dich, als ob du keinen hättest. Aber ich war einfach nur eine allgemein gemeinte Frage, um zu... Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich da mein Dings... Was für ein Ding willst du irgendwo hinsen? Wie heißt das Ding im Mund, dieses... Was aussieht wie ein kleiner Penis? Ein kleiner Penis. Sieht das so aus, oder nicht? Also ich... Keine Ahnung, ja, scheiß auf... Aber die Leute... Ob so ein kleiner Penis aussieht, ist das irgendwie jetzt neu. Der ist... Der ist... Average. Funktioniert. Hey, ich hab meine Nummer verloren. Kann ich vielleicht deine Mutter fixen? Was, du bist nicht... Hey, ich hab meine Nummer verloren. Kann ich vielleicht deine Mutter fixen? Klar, hier. Wo ist mein Handy? Okay, also wir machen jetzt weiter. So, nächstes TikTok. Welche Reaktion man sich erhofft? Wie findest du eigentlich meine neuen Nägel? Wow, was für eine schöne Umsetzung von French. Vor allem die Form der Nägel passt perfekt zu deiner zarten Hand und betont diese auch noch. Vor allem der Duft von Bergamotte und Rose unterstreicht das Ganze nochmal ganz schön. Welche Reaktion man wirklich bekommt. Wow, wunderschön. Ich seh hier sogar... Oh, ist das Naruto hier? Wow, das ist echt wunderschön. Oh, das betont richtig deine Hand und deine Augen. Nee, aber das find ich jetzt eigentlich nicht cool, weil du das nur machst, weil er das gemacht hat. Also ich finde, das hättest du einfach von alleine machen müssen. Ich kann auch sagen, wie es andere Jungs machen würden. Ja. Cool. Ich kann auch sagen, wie ich solche Jungs behandle. Nägel. Wow, die sind ja rot. Nee, das find ich nicht witzig. Warum findest du das so witzig? Keine Ahnung. Das find ich nicht okay, weißt du? Wir Mädels stecken so viel Zeit in die Überlegung, welche Nägel wir machen wollen. Und dann kommt von euch so, ist das rot. Ja, was soll ich denn sagen? Also so wär ich ja nicht. Da hast du ja gerade gesehen, wie ich wär. Mmh, portugaisen Chicken. Oh, ja. Oh, Danny. Oh, Danny. You looking like that, Danny? Mit Essen spielt man nicht. Mich auch. Mit Essen spielt man nicht. Essen isst man. Das war's. Punkt. Ja. Ne? Richtig. Ja. Ah, krasse Körper. Wow. Hey, das war alles. Das war alles. Die haben einfach nur getanzt. Also ich fand, da konnte man viel sehen. Ja, ich auch. Strong. Mmh. 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 Das war ein schönes Video. Oh, what the fuck. Das ist so. Ich kann heute Abend nicht schlafen. Das war's. Komplett. Albträume, alles. Ich glaub, sei das von Pferd sein. Ach, wirklich? Ja, hab ich mir gedacht. So nebenbei. Oh, mach das weg. Das ist echt creepy. Ja, okay. Ja. Wow. Das ist impressive, oder? Das beeindruckt mich auch gerade. Ja, mich auch. Wirklich. Ich bin sprachlos. Und dieser Kommentar schreibt, ich würde... Ich weiß nicht genau, was damit jetzt meint. Was denkst du, wie viel du da reinbekommen würdest? Hä? Ach so, von der Wurst, wie viel ich reinkriege bei mir? Was hast du denn gedacht? Genau das. Oh. Oh. Das hat jetzt ein bisschen gedauert bei mir, aber ich muss verstanden. Oh. Ja. Find ich. Ja, es ist ein gutes. Also, muss ich sagen, finde ich übel funny. Junge, ich dachte, seine Kinder sind gestorben und er putzt traurig die Stelle, wo Kindersitz war. Also theoretisch ist es ja auch so. Das ist krass. Oh mein Gott. Aber die Transitions waren alle richtig clean. Ja, das war richtig, vor allem das am Ende. Das machen wir mit dir morgen auch. Wollt ihr sowas sehen? Wenn ja, lass ein Like da. Wollt ihr, dass ich aus ihm ein richtig heißes E-Guy mache? Dann drück die Daumen. Oder schreib. Schon wieder? Aber der ist cool. Ich habe das Gefühl, es ist eine Frau. War das jetzt der Junge von eben oder war es jetzt eine Frau? Doch, das war derselbe Typ von eben. Okay, krass. Komm, was Alex geschrieben hat. Mami. Mhm. Okay, machen wir da. Okay. So, das... Das habe ich schon gesehen mit Elias. Letztens habe ich mit Elias angefangen. Das war es mit TikTok. Das waren die TikToks von heute. Das waren die TikToks. Das waren die TikToks. Wie fandest du die? Ich fand die sehr cool. Ja. Was war deine Mistik? Äh... Mit der Kette. Na, schau was. Meinst du noch mehr von uns beiden sehen wollt, das gerne einen Daumen nach oben, unten, Abo, dann schaut doch gerne bei Valeria vorbei. Das ist der allererste. Link in der Videobeschreibung. Ja, und das war es. Und jetzt kannst du mit der Hand so machen, so rau, und dann auf die Kamera drauf. Rau. Das war das Outro. Das ist so vergangen, glaube ich. Mach ruhig da mal, wenn du willst. Nein, das ist jetzt peinlich. Okay, dann nicht. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy.